So meine Lieben, Endspurt für meine DVD. Das Angebot gilt noch bis zum 31.12. in diesem Jahr, also falls ihr sie noch nicht habt, bitte kauft sie euch. Mittlerweile haben wir so viele DVDs verkauft, dass wir eine riesen Community sind. Ich denke, da wird etwas Wunderbares entstehen. Ihr werdet euch gegenseitig unterstützen und wir euch natürlich auch. Dafür haben wir jetzt sogar extra noch mal eine geschlossene Gruppe gemacht, zu dem ihr natürlich Zutritt habt, sobald ihr euch diese DVD gekauft habt. Es sind zehn Kurse drauf, zehn meiner besten Kurse für die Schnittmustererstellung von Oberteilen, fürs Designen, fürs Nähen und die DVD hat eine Laufzeit von über zwölf Stunden. Also da ist wirklich, wirklich, wirklich viel, 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 was ihr lernen könnt von mir. Ich kann es euch nur noch mal ans Herz legen, euch diese DVD zu kaufen. Wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, habe ich euch jetzt noch mal ein längeres Video gemacht. Hier unten auf dem Button mehr dazu. Könnt ihr einmal draufklicken. Da stelle ich mich gerne noch mal vor. Ich beantworte da auch noch mal die wichtigsten Fragen, die jetzt gestellt worden sind zur DVD. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich. Bis dann. Tschüss.